das waren wohnhäuser da haben menschen gelebt leben wurden heute zerstört häuser kann man reparieren aber die verlorenen leben können wir nicht ersetzen das richtig das leben der geisel sollte höchste priorität haben das volk von kürat ist auf den schutz des goldene pfades angewiesen wir dürfen sie nicht im stich lassen rette die geiseln bruder ich muss das bergdorf erreichen rüberfliegen oder fahrrad? ne wir fahren eine runde man kann ja nur fliegen rum 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 oh warte hier geht es gar nicht lang komm gib gas ja so ist fein so ist fein das hat ja so funktioniert mit der musik ausgeschaltet muss ich euch nämlich unterhalten hier drin ja was rumpelt denn da die ganze zeit? moment da ist ja ganz... da hätte ich ja gar nicht hinfliegen können hätte ja gar nichts gebraucht muss ich jetzt mal gucken weil da ja wie was jetzt rum wenn ich jetzt autopilot einschalte da fährt er alleine so das ist ja geil aber macht ja so Musik an ich will keine musik ich will doch keine musik ich mag doch die musik nicht grüßt euch ach du scheiße ich will mich verarschen ich will mich verarschen ich will doch nicht gut ich schick den weg du hast du nicht mal Du kannst nicht mal in Ruhe ein bisschen lang fahren. Das ist unmöglich. Wo ist der Letzte? Dritten. Zu! Ei, 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 ei! Das Anhören auf den Berg ist ganz schön schwer mit dir kochen. Wollten wir auch machen? Ne, ich dachte ja nichts dazu. Jetzt geht es dir noch. Oh, das sind nur Feinde. Ganz schön feindlich das Gebiet. Oh, wir sind ja bald da. Was ist das? Was ist das da hinten? Möchtest du wissen? Ei! Das ist ja geil. Ich hab da ein Luftloch reingeschossen. Guck dich mal an! Oh, der Feind gesichtet. Warte, warte, warte. Die krieg ich von hier. Die krieg ich von hier. Jetzt krieg ich hin. Warte, warte, warte! Schaltet ihn aus! Er ist am MG! Nein! Könnte dann auch der Autou-Explosion sehen! Nein! Nicht nachgeben! Wo ist der andere? Ich würde das Auto jetzt explizieren sehen dort hinten. Geil! Ich werde euch zu leid! Alles in Ordnung? Welt bei euch. Sehr schön, weiter gehts. Zuvor, Zep schon. Ne, rot. Also mit so einer kaputten Scheibe kann ich nicht fahren. So ist besser. Viel besser. Ich würde die Waffen retten mindestens zwei Geisel. Zehn. Mahlzeit! Wir gehen heim! Sag nicht, muss ich hoch. Da oben. Sowas habe ich gesucht. Und hoch! Was jetzt mit dem Kletterhaken finde ich eigentlich geil. Zack! Du musst bloß wissen, wie er es benutzt, ne? Ich werde alle Geiseln retten. Ich werde alle Geiseln retten. Schieße ich den einfach an, oder? Drück jetzt um die Kamera zu nützen. Ja! Oh, die vier Punkte heisst, das sind die Geiseln. Oh. Okay. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Warum wechselst du immer das Thema? Keiner wechselt das Thema. Rokia! Für König Mien! Ein Wegen! Es ist die Geiseln! Jetzt! Elko! Ah! Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Scheiße! Ich darf mich wirklich nicht entdecken lassen. Okay. Weil dann töten die die Geiseln. Das ist scheiße, ne? Das wisst ihr ja. Böses Wort. Ganz böses Wort. Wir sagen einfach, das ist nicht schön. Muss ich mich ja nochmal hochklettern. Muss ich mich ja. Warte mal, das finde ich aber anders. Oder ist das die gleiche Stelle? Könnte auch die gleiche Stelle sein. Was ist das denn? Man weiß es nicht so genau. Ne. Jetzt schleiche ich mich von der anderen Seite ran. Was ist das denn? Von uns war ich da vorne. Das wird bedeutend besser jetzt. Gute Frau OS, wie gehe ich jetzt vor? Keiner steht so gut frei. Das ist eine Öffnung, wenn ich schieße. Der erste Schuss muss sitzen. Die ausbreiten. Sie müssen einfach. Sie müssen einfach. Guck. 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 Weiterschießen. Nicht nachlassen. Noch haben sie mich nicht gefunden. Ich glaube ich echt nicht... Fuck! Fuck! Gebet durchsuchen! Wo versteckst du dich? Wir haben die ungefähre Richtung! Ist da jemand? Ich geh hoch! Schnell deinen Kopf gehört mir! Ich reiß nicht! Auseinander! Das war ein Mensch! Ich wette das sind die Rebellen! Wir verarschen uns! Augen auf! War das ein Schuss? Nein, das war kein Schuss. Das war ähm... Was ganz anderes. Wenn ich fertig bin, ist nichts von dir übrig! Wir füllen die Beine! Ihr ist über uns! Mein Mensch will nicht nach der Akte! Der Dater! Fuck! Oh nein! Ich tot bin oben! Haha! Höhle das! Binde uns los! Unglaublich! Zu! Die Geiseln sind sicher, Sabal! Du machst deinem Vater alle Ehre, AJ! Genau das war sein Absicht! Deshalb gründete er den goldenen Pfad! Um seinem Volk zu helfen! Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram! Bitte! Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen! Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast! Ich weiß! Ich verlange sehr viel von dir! Aber wenn du den goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Laxmana! Das verspreche ich dir! Wir finden es gemeinsam! Danke, Sabal! Geiselrettung! Mission beendet!